Olaf Janssen, der Trainer von Dynamo Dresden, ist bei uns im Interview. Herr Janssen, seit drei Wochen sind Sie bei Dynamo. Vor drei Wochen haben Sie Ihre Eröffnungspressekonferenz gegeben. Das war ein actionreicher Tag, ein turbulenter Tag. Ja, eigentlich macht man so eine erste Zwischenbilanz nach 100 Tagen. Wir machen es heute schon mal nach drei Wochen. Wie fällt denn das erste Zwischenfazit nach drei Wochen Dresden aus? Ja, wenn ich mal davon ausgehe, was ich mir so gedacht habe, als ich im Flieger saß von Aserbaidschan Richtung Dresden und mir vorgestellt habe, was mich erwartet und es soll jetzt ein Fazit ziehen, muss ich sagen. Also bin ich auf fast ganzer Linie positiv überrascht von der Aufnahme der Leute in Dresden. Die war herzlich und ich habe wirklich das Gefühl, eine faire Chance zu bekommen. Und was die Mannschaft betrifft, muss ich sagen, war es auch nicht so, dass da ein zerstrittener Haufen war. Im Gegenteil, sondern die Jungs haben eigentlich nur darauf gewartet, dass man sie mitnimmt. Und ja, die sind in der Spur. Und ich glaube, wir haben auch schon, was unser Spiel betrifft, einige Dinge positiv verändern können. Und von daher, sage ich mal, bin ich äußerst zufrieden und voller Tatendrang, dass wir da weitermachen. Haben Sie den sächsischen Humor oder die sächsische Mundart schon so ein bisschen mitbekommen? Also was mir gefallen hat, war das Plakat beim Gladbach-Spiel, beim FDGB-Pokalspiel. Olaf, mein guter, mach aus Scheiße Bonbons. Hier darf man auch mal Scheiße zitieren. Haben Sie das mitbekommen? Ja, ich habe es mitbekommen, habe es dann gelesen. Und ja, also über solche Sachen natürlich kann ich auch schmunzeln, absolut. Wobei sie natürlich solche Sachen auch immer einen gewissen Wahrheitsgehalt haben. Das ist ja ganz klar. Aber ja, also wie gesagt, das Wichtigste ist, dass die Truppe funktioniert, dass sie als Mannschaft funktionieren. Und das tun sie. Da bin ich völlig davon überzeugt. Und deswegen glaube ich, dass mich nicht das so extrem erwartet, wie dieses Plakat ausdrückt, sondern sicherlich, dass man ein paar Schrauben drehen muss. Das drehen wir auch. Aber es wird klappen, auf lange Sicht. Hoffentlich. Sie sind gebürtiger Krefelder, haben aber ihre erfolgreichste Zeit beim FC in Köln gehabt. Wie viel Köln steckt denn in Dresden? Also ich glaube, da gibt es schon ein paar Parallelen zwischen beiden Städten und auch zwischen beiden Vereinen. Ja, also wie gesagt, die Art der Menschen, muss ich sagen, das liegt schon sehr nah beieinander. Wenn ich denke, mit welcher Begeisterung dieser Fußballverein gelebt wird, kann man das sehr gut vergleichen. Wenn ich bedenke, so diese mediale Geschichte, dass dieser Fußballverein immer auch im Mittelpunkt des Tagesgeschehens in der Stadt ist und dass die Menschen über den Fußballverein reden, also das liegt schon sehr nah beieinander. Spüren Sie die Sehnsucht nach dem ersten Saisonerfolg hier in der Stadt, hier beim Verein? Ja, ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Beispiel. Ich habe den Jungs in der Videoanalyse nochmal die beiden Tore mehrfach gezeigt von dem Spiel gegen Paderborn. Aber sie sollten da nicht auf den Ball achten, der ins Tor fliegt, sondern auf die Menschen, die auf den Tribünen saßen. Dass der Karbock gestanden ist, natürlich ist klar, aber auch auf den Tribünen an den Seiten ist jeder einen halben Meter hochgesprungen, ob Opa, Oma, Mutter oder Kind. Und ja, das ist einmalig und das zeigt einfach, mit welcher Leidenschaft die Leute dabei sind. Und natürlich, wir sehen, dass sie auf den Sieg warten. Und das habe ich den Jungs auch gesagt, das ist keine Belastung, sondern das spornt uns an, dass wir eben nicht alleine diesen Weg gehen müssen, sondern dass da viele, zigtausende den Weg mit uns gemeinsam gehen wollen. Und das gibt eine Stärke. Jetzt geht es nach Fürth zum Tabellenführer. Wenn der 17. zum Tabellenführer reist, sind die Rollen klar verteilt. Ist doch dort trotzdem was möglich? Naja, auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt. Wir arbeiten aber so in dieser Woche auf dieses Spiel hin, dass wir daran glauben, dass vielleicht die drei Punkte da liegen. Und dann müssen wir bereit sein, zuzugreifen und die auch mitzunehmen. Und darauf bereite ich meine Mannschaft vor. Es wird sicherlich ein Spiel, wo sie durchgerüttelt wird von den Viertern. Sie haben eine hohe Qualität, auch in der Offensive. Aber ich werde meine Mannschaft so einstellen, dass wir uns da hinten nicht reinstellen und den Ball in die Luft schießen und hoffen, dass der Schiri irgendwann abpfeift. Sondern, dass wir auch immer wieder versuchen, den Viertern weh zu tun. Sie eben nicht so nah an unser Tor rankommen zu lassen. Und es ist sicherlich der erste ganz große Härtetest in diesem Auswärtsspiel auf jeden Fall. Aber ich bin guten Mutes, dass wir uns nicht ergeben werden, freiwillig, sondern dass es ein Kampf wird und dass wir auch in der Lage sind, die eine oder andere Torschein rauszuspielen und vielleicht das eine oder andere Tor sogar selber zu machen. Sie hatten zuletzt ein kranios goldenes Händchen. Zwei Einwechslungen, Tobi Müller und Aoudia, sind reingekommen, haben jeweils ein Tor geschossen. Ja, die Fans hier in Dresden fragen sich natürlich vor allem, wann reist denn endlich die Serie bei Michael Poté? Seit elf Monaten wartet der auf einen Torerfolg. Zwischendurch natürlich auch lange Zeit verletzt gewesen. Aber irgendwann müsste dessen schwarze Serie auch mal reisen. Ja, die wird reisen. Also da bin ich mir ganz sicher. Aber es ist sicherlich auch so, dass gerade was die Sturmposition betrifft, dass der Konkurrenzkampf dort sehr groß ist. Wir haben fünf sehr gute Angreifer, die alleine auf dieser Position spielen können. Und von daher muss der Mika weiter wie alle anderen auch Gas geben, an sich glauben, an die Mannschaft glauben. Und dann wird er auch wieder seine Tore machen, dass er seine Qualitäten hat. Ich denke, das hat er hier mehrfach unter Beweis gestellt. Und ich werde heute Nachmittag mit ihm nochmal ein Vier-Augen-Gespräch haben. Ich habe so ein paar, glaube ich, videomäßig, ein paar schöne Momente mal rausgesucht, die er sich mal mit mir zusammen angucken soll. Aber es wird nur über Trainingsleistungen und über Wille und Einstellung einfach besser werden. Und das erwarte ich auch von von Mika. Die Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in Ihrer Arbeit, in Ihrer täglichen Arbeit. Die Kommunikation mit Ihren Spielern, mit Ihren Mitarbeitern. Ja, absolut. Also ich habe einen sehr konkreten Plan im Kopf, wie meine Mannschaft spielen soll, was sie auf dem Platz umsetzen soll und was sie halt nicht machen soll. Und ja, diejenigen, die das auf den Platz bringen müssen, sind meine Spieler. Das heißt, ich muss sie von meinem Plan überzeugen und muss ihnen auch genügend Vertrauen und Eigenkompetenz geben, dass sie das auch tun können. Und das geht nur, indem man sich ständig austauscht. Und das tun wir. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Sie haben gesagt, Sie haben ein Spielsystem im Kopf, wie Ihre Mannschaft spielen soll. Aber davon ist die Normung natürlich noch ein Stück weit entfernt. Wie sieht denn der bevorzugte Jansen-Fußball aus? Wo wollen Sie denn die Mannschaft hinhaben? Ja, ich möchte schon mehr agieren als reagieren. Dass das Spielgeschehen weiter von unserem Tor weghalten und im Angriff einfach nicht starr, sondern flexibel zu spielen, sich möglichst unausrechenbar zu machen, gerade was das Offensivspiel betrifft. Und na ja, wenn der Gegner den Ball hat, erwarte ich wirklich zehn Feldspieler, die gemeinsam verteidigen, die sich gemeinsam unterstützen, die sich gegenseitig helfen. Und ja, wenn wir mal so weit sind, dann wäre ich schon mal sehr zufrieden. Ist Tiki Taka so ein bisschen Ihrs? Na ja, also Tiki Taka, es ist ja so, das hängt natürlich auch von der Qualität der Spieler ab, die man hat. Also so eine Geschichte kann man nicht kopieren, sondern da braucht man natürlich auch eine gewisse Qualität. Was sicherlich richtig ist, ist, dass man ein gepflegtes Kombinationsspiel aufziehen kann. Und davon sind wir ja auch noch ein Stückchen weit entfernt. Und das sind aber Dinge, die kann ich erwarten. Und die werde ich auch einfordern. Und daran werden wir auch sicherlich in den nächsten Monaten weiterarbeiten. Interessante Position ist sicherlich auch die Torhüterposition. Die wird aktuell so ein bisschen kontrovers diskutiert bei den Fans von Dynamo. Das kriegen Sie sicherlich auch mit. Wie ist denn das Standing von Benjamin Kirsten aktuell? Ja, Benjamin Kirsten, wenn man ihn beurteilt, muss man sicherlich das Ganze sehen. Und das sehe ich auch. Das heißt, ich habe Dynamo ja jetzt schon in den letzten zwei, drei Jahren intensiv verfolgt. Und da war er einer der herausragenden Spieler. Also da gibt es kein Wenn und kein Aber und hat hervorragende Leistungen gebracht. Er hat ein unglaubliches Reaktionsvermögen. Er ist fast der schnellste Spieler innerhalb der Mannschaft. Und das ist natürlich für den Torwart schon eine außergewöhnliche Qualität. Sicherlich ist es so, das weiß der Benni auch, da haben wir auch drüber gesprochen, dass er in den letzten Wochen die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen hat in seinem Spiel. Beim Rauskommen, bei Entscheidungen, die in der Luft waren. Aber das gehört auch zum Torwartspiel dazu. Er muss in Bruchteilen von Sekunden die Entscheidung treffen. Und dann ist es halt relativ einfach, das am Ende zu messen beim Torwart. Aber ich bin mir sicher, dass der Benni wieder zur alter Stärke zurückfinden wird. Dass er auch die Ruhe wieder finden wird. Was auch für sein Spiel wichtig ist, sich völlig auf die Aufgabe und auf das Spiel zu konzentrieren. Auf sein Spiel zu konzentrieren. Und wenn er das schafft, glaube ich, dann werden auch die schlechten Entscheidungen innerhalb eines Spiels deutlich weniger werden. Und dann kommt er auch wieder an die Leistung ran, die er in der letzten und vorletzten Saison gebracht hat. Er war ein notenbester Keeper in der letzten Zweitliga-Saison. Wie sieht es um den Nachwuchs aus? Tobi Müller war der Letzte, der aus dem Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat. Wer ist der Nächste? Ja, also bei den Jungen ist es so, Toni Leister macht einen sehr guten Eindruck. Hat sicherlich natürlich auf der Innenverteidiger-Position große Konkurrenz in unserem Kader. Und ja, sehr viel Freude bereiten mir Paul Milde als auch Marvin Stefaniak. Zwei echte Flügelstürmer, sage ich mal. Sehr schnell, sehr beweglich, sehr dribbelstark, torgefährlich. Also die beiden Jungs sind mit großem Eifer dabei. Wichtig wird sein, dass sie die Bodenhaftung behalten. Dafür werden wir sicherlich sorgen. Aber sie haben sicherlich das Potenzial auf Sicht, sich innerhalb dieser Mannschaft ihren Platz zu erkämpfen. Sie waren zuletzt Co-Trainer unter Berti Vogts in Aserbaidschan. Ich kann mir vorstellen, das war ein Abenteuer, dort arbeiten zu dürfen, zu können. Ja, es war ein großes Abenteuer, weil natürlich die Voraussetzungen ganz anders sind als in Deutschland. Die Spieler ja ganz schlecht trainiert waren, die Plätze schlecht waren. Also das hatte schon noch so ein bisschen was von einem Amateurverein, in Anführungsstrichen. Aber in den fünf Jahren, wo wir da waren, hat sich eine ganze Menge geändert. Und es hat einfach einen Riesenspaß gemacht, weil wir die Jungs wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau abgeholt haben und sie sich wirklich prächtig entwickelt haben. Und das macht natürlich dann auch als Trainer besonders Spaß, dann da zu arbeiten zu können. Zumal, wenn man das natürlich dann an der Seite von Berti Vogts machen kann, der natürlich über einen riesigen Erfahrungsschatz als Trainer verfügt, macht die ganze Sache dann sozusagen noch doppelt interessant. Haben Sie dort aserbaidschanisch, russisch gelernt? Nein, nein, wir haben uns dann doch auf Englisch und Deutsch beschränkt. Und das hat dann so nach einer gewissen Zeit dann ganz gut funktioniert. Aber gibt es vielleicht einen aserbaidschanischen Spieler, der in der Winterpause Dynamo weiterhelfen könnte? Ja, gäbe es vielleicht die eine oder andere Möglichkeit. Aber leider muss ich unsere Fenster enttäuschen, weil in diesem Land fließt Öl und Gas. Und das bedeutet, dass dort sehr viel Geld in der Liga ist. Und ja, auch wenn die Spieler nur in Aserbaidschan spielen, wir sie uns nicht leisten können, weil einfach die Verträge da so gut ausgestattet sind, dass wir die so einfach nicht nach Dresden locken können. Aber Sie reden sicherlich mit Steffen Menze auch über das Stichwort Winterpause. Gibt es da dann nochmal Nachbesserungsbedarf bei Dynamo? Ja, also ich habe ja auch bei meiner Einstellung gesagt, dass ich das erstmal rausfiltern möchte. Ich möchte erstmal die ganze Mannschaft kennenlernen. Dieser Prozess ist sicherlich noch nicht abgeschlossen. Wir werden jetzt in der Länderspielpause, das heißt nach den Spielen Fürth und Aalen, uns einmal zusammensetzen. Wir werden einen Status erarbeiten von jedem Spieler und dann einfach mal einen Weitblick wagen, wo wir noch Bedarf sehen oder nicht, was möglich ist und nicht möglich ist. Und dann werden wir mal schauen. Es wird auf jeden Fall ein langer Kampf werden im Kampf um den Klassenhalt für die Dynormos. Darauf haben Sie die Fans und das ganze Umfeld ja auch schon eingestimmt. Ja, also ich meine, wenn man die Tabelle sieht und liest und sagt, okay, wie lange dauert der Kampf, wäre dann auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt, wie wir rein rechnerisch nicht mehr Drittletzter werden können. Und da kann sich jeder ausmalen, wie lange das sein wird, bis das tatsächlich der Fall sein wird. Und von daher muss man sich auf einen sehr langen Weg und steinigen Weg einstellen. Aber ich versuche, die Mannschaft immer von Woche zu Woche zu konzentrieren, zu fokussieren auf das nächste Spiel. Egal wie jetzt, ob wir gegen den Tabellenführer spielen oder gegen eine Mannschaft aus der Abstiegszone. Sondern man muss jedes Spiel mit dem nötigen Respekt, aber auch mit dem nötigen Selbstvertrauen angehen, dass man diese drei Punkte unbedingt will. Und wenn wir das schaffen, uns so zu fokussieren und die anderen Dinge auszublenden, dann erhöht das auf jeden Fall die Chance zu gewinnen. Wie haben Sie sich selbst hier in der Stadt, in Dresden, schon eingelebt? Was haben Sie schon mitbekommen vom ganzen Drumherum außerhalb des Grünrasens? Ja, also ehrlich gesagt muss ich sagen, hat sich das nun sehr auf den Trainingsplatz und auf die Trainerkabine beschränkt. Und dann noch auf mein Hotelbett, wo ich dann irgendwann reingefallen bin. Die wenige Zeit, die mir bisher geblieben ist, war ich in der Stadt, in der Altstadt, die mir sehr schön, sehr gut gefallen hat. Ich habe auch schon zu meiner Familie das ein oder andere Bild geschickt vom nächtlichen Anblick der Frauenkirche und so weiter. Also das ist schon gigantisch und imposant und da können die Dresdner sicherlich sehr stolz auf ihre Stadt sein. Sie mögen die italienische Küche. Haben Sie schon einen Italiener hier in Dresden gefunden, der Ihrem Gaumen nahe kommt? Nein, habe ich noch nicht. Aber ich muss sagen, ich habe mich auch nicht wirklich auf die Suche gemacht. Und von daher, sage ich mal, haben noch alle Italiener in Dresden die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Aber eine Joggingstrecke, die haben Sie schon gefunden. Das war aber auch nicht besonders schwer. Ja, das stimmt. Das war nicht besonders schwer im großen Garten, an unserem Trainingsgelände. Aber ich muss sagen, wunderschön. Also ich bin da in Köln ja auch verwöhnt sozusagen. Das Trainingsgelände beim FC ist auch so eine wunderbare Park- und Waldlandschaft sozusagen. Und da war der große Garten, muss ich sagen, der ist sehr imposant und fühle ich mich sehr heimisch. Trainer, wir wissen jetzt mittlerweile, dass Sie fünf Kinder haben. Ich habe einen interessanten Ausspruch. von Ihnen gefunden. Vielleicht können Sie mir den dann nochmal erklären. Ich habe ihn nicht so richtig verstanden. Meine Freunde sagen, dass man an meinen Kindern sieht, wann ich zu Hause war. Ja, ja. Meine Kinder sind im Prinzip im Abstand von vier oder fünf Jahren geboren. Und von daher haben Sie ja gesagt, naja, da sehen Sie immer, wann du zu Hause warst. Ja, das bezieht sich natürlich darauf, dass ich seit 1996 sozusagen, wo ich von Köln nach Frankfurt gegangen bin als Spieler, bin ich sozusagen unterwegs und pendle zwischen zu Hause und meiner Arbeitsstätte. Und wir haben uns damals entschieden, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen die Kinder nicht immer aus dem sozialen Umfeld rausreißen. Das war sicherlich damals dann auch die richtige Entscheidung. Und von daher ist meine Familie daran gewöhnt, dass der Papa halt auf Montage ist oder wie auch immer, dass er ein bisschen weiterfährt zur Arbeitsstätte. Damit sind wir ganz gut zurechtgekommen. Und wie wir das jetzt hier mit Dresden regeln, da werden wir uns mal die ersten Gedanken Weihnachten machen und dann schauen wir weiter. Es gibt ja auch einen Direktflug von Köln nach Dresden. Also von daher, ich denke, die Familie wird demnächst mal vorbeischauen, oder? Ja, das will ich hoffen. Renner, wir wollen noch ganz kurz so ein bisschen Privates von Ihnen erfahren. Vielleicht können Sie immer eine kurze Antwort geben auf die Lieblingssachen, die wir jetzt so ausgewählt haben und eine kurze Begründung. Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist rot, ja, weil komischerweise, einfach eine warme Farbe und ich kann auch mehr mit dem Sommer als mit dem Winter anfangen und von daher passt es. Lieblingsfilm? Lieblingsfilm? Da habe ich einen Lieblingsfilm. Also, nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Kein Problem. Lieblingsauto? Ja, also den Wagen, den ich jetzt habe, mit dem Audi kann ich leben. Lieblingsessen? Ja, da wir ja beim Italiener sind, da kommt dann doch die gute Pasta an Nummer eins. Die Lieblingsmusik? Ja, da bin ich dann doch ein bisschen Kölsch angehaucht. Ja, also, wenn die also die Höhner laufen, habe ich dann doch eine sehr gute Stimmung. Haben Sie einen Lieblingsort? Nee, also, das muss ich sagen, das hängt doch wahrscheinlich damit zusammen, dass ich, ja, reisender bin, sozusagen. Also, ich würde, wenn ich jetzt sagen, Köln wäre das eigentlich auch nicht richtig, weil, ja, also ich liebe Veränderungen und liebe Neues. Sicherlich ist es so, dass, wenn man es ganz reduziert, sicherlich, klar, meine Familie ist, aber an einer Stadt ist das nicht gebunden. Lieblingssportler? Lieblingssportler? Ja, also, wirkliches Idol hatte ich in jungen Jahren Gerd Müller, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, ich war mein, bis zum 18. Lebensjahr war ich Mittelstürmer und sicherlich, da ich 66 geboren bin, habe ich seine ganze Müllerei sozusagen mitgekriegt. Und das ist schon, er ist schon ein ganz besonderer, ganz besonderer Spieler. Darf ich ganz kurz einhaken? Das Spiel gegen die Bayern 1990 mit dem FC, war das so Ihr bestes Spiel der Karriere? Es war sicherlich das Aufsehenserregendste, auf jeden Fall, mit 4 zu 0 zu Hause gegen die Bayern zu gewinnen, die ja davor in den Jahren jeweils Meister geworden sind und wir Zweiter, war schon ein sehr besonderes Spiel. Ich glaube, ich habe eins gemacht und zwei, also alle drei anderen vorbereitet. Ich erinnere mich noch an das Pokal-Viertelfinale gegen Glasgow Rangers, wo ich als junger Spieler eingewechselt worden bin und mit so einem Heber das 1 zu 0 mache und dann in Glasgow mit einem Schuss unter die Latte das 1 zu 1 und das Weiterkommen, das waren auch sicherlich zwei besondere Spiele. Das Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk würde ich als Kölner, muss ich sagen, das ist das Kölsch. Verständlich, trotz der kleinen Gläser. Ja, trotz der kleinen Gläser oder wegen der kleinen Gläser. So schnell alle. Lieblingsurlaubsland? Ja, in Italien fühlen wir uns sozusagen sehr wohl und sehr heimisch. Und dann habe ich noch das Lieblingshobby außerhalb des Fußballs. Ja, ich hätte vor einigen Jahren vielleicht das Golfen gesagt, aber dazu komme ich eigentlich überhaupt nicht und viel zu selten. Und von daher kann ich das auch mit Überzeugung sagen, es ist einfach das Laufen, weil ich da am besten entspannen kann und mir meinen Kopf frei laufen kann. Und ja, das mache ich sehr gern. Platzreife, Handicap? Ja, also bin ich jetzt bei 36, aber ich sage mal, ich habe in den letzten drei Jahren, glaube ich, dreimal gespielt. Also jeder, der ein bisschen Golf spielt, weiß, also eigentlich habe ich im Golfspielen aufgehört. Trainer, wir würden uns wünschen, dass Ihre Jungs am Montag und in den nächsten Spielen mit dem großen Ball häufig einlochen und den Ball ins Eckige bringen. Und dass die Dynamos dort unten rauskommen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, hat wirklich großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne, danke auch.